Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Valdur's Gate. Ja, wir haben ja da in der letzten Episode eine nette Begegnung hier gehabt, wo wir Kollegen von ihr da getroffen haben. Ich habe die Toten da hinten mal geplündert und ich habe nochmal geschaut, ob man halt irgendwie von hinten in dieses Goblinlager nochmal reinkommen. Da wird man in die Unterwelt reinkommen und ja, es ist hier ein Übergang, aber da kann man nicht drüber springen, der Abstand ist zu groß. Und der andere Weg ist halt hier von vorne und ansonsten hat es hier keinen Weg da irgendwie rein. Und ich will ehrlich gesagt nicht von vorne wieder reingehen, weil uns da vermutlich alle angreifen werden. Also müssen wir über diesen Gebirgspass da gehen, der viel gefährlicher ist. Das ist uncool. Man könnte natürlich auch versuchen, man geht erstmal nur hier durch und schaut mal, ob wir hier noch irgendwo hinkommen. Da sind wir am Anfang ja mal ein bisschen in die Richtung gegangen. Ich glaube, das könnte man noch überleben. Aber durch die Tür rein wird nichts und wir können halt leider auch nicht mehr schnell reisen. Ja, darüber geht es auch nicht mehr. Die Brücke ist kaputt. Also haben wir nur noch einen Weg, den wir gehen können. Und den werden wir auch gehen. Okay. Controllersteuerung. Aktiv. Verwenden. Vergewisse dich, dass du alles erledigt hast, ehe du den nächsten Schritt wachst. Warte mal, das Gebiet, das übertreten wird, ist für eine Gruppe eurer Stufe extrem schwierig. Oh. Oh. Okay. Ähm. Ja. Okay. Ähm. Schlecht. Dann werden wir wohl uns noch ein bisschen umsehen müssen und leveln, dass wir ein bisschen höher kommen. Oder es ist doch noch von vorne irgendwie probieren. Wir könnten uns beispielsweise das Ding da oben links anschauen, was das war, wo ich nicht reingegangen bin. Ja, bin ich ein bisschen zu schnell. Stiegstraße. Was haben wir hier? Was haben wir umsehen? Ach, da geht's zu dieser Wegpunkt. Echt Wegpunkt? Okay. Ach, da. Äh. Seid ihr gut oder böse? Hallo? Walderia, es war wohl nicht für die Flamme, die... Hm. Ein Massaker. Drow und Goblins haben die Leute verletzt. Bitte, lass mich einfach sein. Oh. Okay. Das muss vermutlich gewesen sein, bevor wir da unsere Reaktion hatten. Ich höre schreit. Someone needs help. Mal plundern. Ähm. Schlichtes Gift. Period ring. Nehmen wir mal mit. Gold, her damit. Oh ja, Gold, her damit. Willst du überhaupt nicht reichen, Schänden? Ja, Gold. Not for communal use, it seems. Best show some respect. Or some more cunning. Ah. Ähm. Okay, tschuldigung. Ich guck mich hier nochmal ein bisschen um. Äh. Ist er da? Ne. Ich würde gerne das ganze Gold hier. Das kann man doch nicht einfach so liegen lassen. Oh ja. Okay. Haben wir oben noch was? Yes. Hm. Ja. Hallo. Nicht erreichbar. Kommt aber auch nicht durch, ne? Äh. Ja. Okay. Lass uns mal runtergehen. Ich würde mal sagen, die Party ist hier noch nicht vorbei. Was läuft denn hier da? Großherzog Ravengard? Mit irgendwie die Trümmer wegschieben. Ja komm, probieren wir es mal. Oh, 10. Bonus. Hätte ich gerne mit dabei. Okay, machen wir mal. Oh, geil. Not 20. Okay. Okay. Danke wäre irgendwie auch nett gewesen. Ja, ich guck mal um. Ja, ich guck mich gerade mal um. Oh, das ist jetzt fest und alles. Holzfass. Ja, das ist nur Fackeln. Blind. Wind. Wind. Ach so, warte mal wegen ganzen Rauchen und so, ne? Wo soll ich denn überhaupt hin? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Scheiße. Wir brennen. Äh, wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Brennend. Raus, 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 raus. Oh, oh. Leute, kommt sie raus? Alter, komm. Alter, nein, nein. Was soll das? Raus, 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 raus. Ah, wir müssen irgendwie nach oben. Äh, ohne dass wir halt irgendwie uns da anzünden. Okay. Ach, du Scheiße. Fuck. Okay, ähm. Das ist die Tour. Äh, ich muss mich selber retten. Da, komm, 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 komm. Alter, nein. Scheiße. Hilf mir. Gott, zu mir wechseln. Ähm. Kannst du... Heil dich, bitte. Dankeschön. Und jetzt, äh, geh mal bitte nach da oben. Ah, so ein Scheiß. Haben wir halt irgendwas mit Wasser oder so? Warte mal, Eismesser. Scheiße, hier brennt halt einfach alles. Wie soll ich da rein? Ah. Oder warte mal, lass mal hier hingehen. Ich war auch mal der eine Typ, was er gemeint hat. Ja, wie soll mir da durch? Haben wir irgendetwas? Warte mal, Säurespritzer. Einiges Geschoss. Knochenkälte. Frostodem. Mh, durchbohren der Schuss. Oh ja, warte mal, machen wir das mal ein bisschen öfter. Komm. Wir kriegen den noch kaputt. Das war irgendwie unsinnig, das. Oder mit dem Stab könnte man eigentlich auch machen. Warte mal, komm. Oh ja, komm. I'm afraid proper thanks, Mr. Waite. Okay. Ähm, stell wieder raus hier. Ja, toll. Wir sind wieder brennend. Rasier, 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 rasier. Ja, das war's. Fresh air. At last. You honor your clan, sir. I'm in your debt. Counselor, are you all right? It takes more than mere fire to break me, Yva. Now listen close, Fist. Duty calls. Drow have taken Grand Duke Alder Ravengard westward, if my eyes and ears can be believed. Gauntlet, report to the man and send for reinforcements. We must find the Duke. On your command, counselor. The rest of you, count the dead. Take word of their sacrifice to this city. And you, I must ask again for your aid. There's a lot of luck. Please, rescue Ravengard from his drow captors. The council will reward you for your effort. May I trust you'll see it through. Der Kult der absoluten Sitzung mit dem Mondaufkommen. Wir müssen die Herzöge hingebracht haben. Ähm, das zivilisiert mir da nicht mal. Ich bin doch ein schnöseler zur Obstatt. Keine... Mh... Mh... Moonrise Towers, along the old road. That place is cursed. Few could survive there, unless darker forces are at work. This was no random attack. The Grand Duke was their target. Mh... 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 In fact, I fear that may have been the intention of those who abducted him. Ja, wir probieren's mal. And should your courage falter, remember the Duke's generosity. Approach the towers with care. The land itself has been swallowed in shadow. I will seek reinforcements and join you when I can. Fist to work. Okay, wir haben ne Belohnung. Ne Belohnung ausgewählt. Eins von zwei. Was ist das überhaupt? Ähm... Möcht' mir das mal ganz kurz anschauen. Spitze stellen. Selten. Ah, aggressiert Blut, wenn der Träger Schaden mit der Waffe bewegt. Hält er zwei Blitzladungen. Schockschießer. Das find ich gut. Zauberflunkler. Selten. Mh... Ich hab gern das. Okay. Cool. Ähm... Ja, dann... Geben wir mal hier bitte raus. So. Was hier? Jetzt sind wir noch blind? Wo sind die anderen? Ah... Muss ich jetzt mit den... Leute. Nein, bleib da. Wo bist du? Ja, ach, mein Gott. Geh runter. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, bitte da hingehen. Okay. Ähm... Wir machen's mal ohne. Wo bist du? Ach, da bist du auch noch. Alter, Typ. Wo ist das? Ach, da haben wir. Komm her. Ah, Kinders, ey. Wegfindung. Normalerweise geht's eigentlich eh ganz gut. Okay. Also, wir müssen dann irgendwann mal nach Westen hier gehen. Aber das ist halt noch keine Option. Wir schauen mal ganz kurz auf die Karte. Das ist... Reichen Gebirgspaß. Ja. Hier gibt es einen Kriegerin. Oder? Am besten wäre ja das hier links. Hier haben wir noch T-Haus, T-Haus. Goblin-Lager. Hä? Warum ist das mit der Quest? Moment einmal. Also, so Thümen. Der Wunder auf Reise durch das Unterreich. Hm. Ach, das ist doch doof. Okay, dann hätten wir das noch entdeckt. Wir hätten hier noch ein großes Gebiet, was wir nicht entdeckt haben. Das könnte man eigentlich noch anschauen. Wir gehen da mal die Straße runter und dann links. Ja, ich weiß nicht. Ich durfte es ein bisschen rauszögern, dass wir da unten reingehen. Beziehungsweise können wir mal eine kurze Rast machen. Dankeschön. Ja. Allerdings. Beziehungsweise, es würde mir Sinn machen, wenn ich unser neues Spielzeug da mal ausrüste. Okay, bleiben wir da. Momentan. Das da ausrüsten. Dankeschön. Geil. Neues Spielzeug. Ne. Halt. Gehen wir da rüber. Okay, da geht es zu dem zurück. Der oder was? Ähm. Ich glaube. Lungfanzahn. Null. Ey du. Möchtest du dich mal verstecken, ne? Und dann gehen wir mal hier. Warte mal. Äh. Hintergottet. Darf nicht im Nachteil sein. Hä? Warteil. Yes. Okay. Schauen wir mal. Das ist Tens. Hm. Heilige Schlamme. Zu bänden. No mercy. So bänden. Geil. Ah, verstecken wird jetzt nix bringen. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Weil er mich natürlich anschaut. Aber wir könnten einen Schenkelschuss machen. Okay. Okay. Bleibst du mal da? Shit. Treffer. Oh, das wird der Tank sein. So. Was machen wir denn bei dir Schönes? Äh. Entwaffneter. Auch mal eigentlich nett. Bedrohlich. Komm mal vor. Oh, ja. Und. Würde ich gerade sagen. Gleich nochmal. Geil. Konntest du noch ein bisschen? Nicht genügend Ressourcen. Ähm. Was ist, wenn ich das so mache? Ja. Ah, sie ist einfach mega geil. Okay, was kann man bei dir Schönes machen? Wenn er das jetzt die Trefferpunkte zurückgewinnt. Gift. Überzieht den Akt. Hm. Zusätzlich. Ja, bitte. Machen wir mal. Okay. Das war's. Du. Feuerpfeil. Schenkelschuss. Schenkelschuss. Machen wir mal bei dir. Scheiße. Viel Schlag. Okay, bleib. Ja. Ja. Nice. Rückzug. Geil. Ah so. Ohne ich auch. Geht schon. Machen fertig. Geil. Ähm. Konntest du vor der Verwendung an einem kurzen Rast. Shit. Kannst du dich nochmal machen? Mit meinem Blinden. Hahaha. Wie in Ohr. Ah, nehmen wir mal mit. Blindern. Mach mal mit. Dann war's das. Das erste. Geil. Ja, war easy. Was haben wir hier? Äh. Speer brauchen wir nicht. Aber das Ohr nehmen wir mit. Und wir haben da noch Leichen. Oh ja, Gold. Blätterring. Mitnehmen. Eigentlich sollte ich das ganze Blinden mit jemand anders machen. Weil man einfach mal so ein Trageesel ist. Bisschen wir mal mit. Offener Brief zur Unterdrückung und Bauen. Hm. Ne. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter. Immerhin für die EP hat es sich gelohnt. Was ist das hier? Achso, tote Hyäne. Ja, komm. Guck mal. Bord. Oh. Wir haben da noch mehr Freunde. Gute Frage. Wollen wir da rein und... Ja, eigentlich haben sie uns ja nichts getan, ne? Hm. Ich will's eigentlich schon nicht auseinandernehmen. Lass haben wir hier. Ah, ist einfach noch ein anderer Weg darüber. Ähm... Ist das schon alles von der Karte her gesehen? Da oben. Ja, da unten wird's noch weiter gehen. Also da ist diese Höhle da oben. Ja, okay. Die Höhle macht man nicht. Fürs Erste. Aber hier hätten wir, glaube ich, noch so ein Ort. Doof. Oh, mal schauen, was wir hier so haben. Oder... Hm. Ob wir dann auch mal ein normales Doof hier irgendwie haben, wo hier nicht alle tot sind? Oh, irgendjemand ist da wieder drin. Ob wir dann nochmal aufmachen sollten. Okay, hier geht's runter. Naja, komm. Wir klopfen mal. Wir klopfen mal. Und da... Wer ist da? Bitte, aufhören Sie. Sie sind hier willkommen willkommen, aber wir haben schreckliche Angelegenheiten. Ein Wälder, der größte Wälder der wir noch haben. Wir sind Paladins von Tyr, Lord of Justice. Er hat uns, nach einem Infernal-Being, direkt aus den Nine Hellen, in der Form von einem Einhorned Tiefling. Sie slaughtered countlessen Refugees, fleeing the Absolute. Yesterday, sie butchert eine ganze Familie, ohne Mercy. Wir haben Glück gehabt, zu übernehmen unsere Erkrankung mit ihr. Sie fuhr nach dem River, als sie sahen wir nur die Wälder, nicht tot, nach der Straße von hier. Sie müssen sie für ihre Wälder beteiligen. Wenn Sie sie verletzen, Sie haben sie geschehen, wo wir nicht. Das ist die Wälder der Justiz. Blessed by Tyr. Ich habe sie seitdem ich swore mein Oath. Es ist alles, aber es ist sie, wenn Sie sie verletzen. Bring mir ihre Hände, und Tyr will sie ihre Wälder beteiligen. Wieso sollten wir ihn angreifen? Aber irgendwas ist da für Shit dran. Ob wir mit der anderen auch mal reden könnten? Was ist denn hier drin? Und was macht hier diese Geräusche? Woher kommt das? Woher kommt das Geräusch? Woher kommt das Geräusch? Moin. Woher ist das unten? Wo geht es denn hier hin? Achso, das ist hier versperrt. Aber was? Wo kommt das Geräusch her? Hier ist nichts Merkwürdiges. Okay, sehr merkwürdig. Wie gehen wir da nach oben? Nein, nicht. Ja, komm, gehen wir da nach oben. Nehmen wir zählen von da. Aber wir könnten... Ja, gut. Hä? Ich check's nicht, ob das herkommt. Komm mal, nochmal hier rein. Moin. Es ist hier etwas absolut nicht cool. Hm. Hm. Ja, okay. Ähm. Dann gehen wir halt mal runter. Und starten wir mal einen kleinen... Oh, da hinten geht's vielleicht noch weiter. Aber hier hört man das Geräusch nicht. Uh. Oh. Ach, das ist zu klein. Ah. Warte mal. Höhlenloch. Du kannst dich doch verwandeln. Selbstverkleidung. Was ist denn das kleinste? Gnom weiblich. Tiefling. Halbling. Mhhh. Drachenblütige. Gnome. Was ist das kleinste? Komm, probier mal. Wo geht's jetzt? Okay. Dann halt nicht. So, komm. Wir gehen mal runter zum Fluss und... Sag mal, hallo. Hä? Wieso gehst du denn so? Ah! Nein! Hierher, bitte. Und jetzt runter. Und beim Fluss... Hier hätten wir noch eine Höhle. Mhhh. Da könnte man vermuten... Ah, ja. Da sind die anderen... Das merken wir uns mal, dass wir von da unten reinkommen. Wir gehen jetzt mal da lang. Und dann... Überleben? Mhhh. Mhhh. Das machen wir jetzt mal nicht auf. Ok. Blut? Oh. Da ist jemand. Und auch. Oh oh, warum handelst du dich? Äh. Ich? Ich habe nie besser. Oh, ich bin. Es ist du, aus der Nautiluid. Bitte sagst mir, dass ich dich gefunden habe, bevor die so-calleden Paladins von Teer fiel. Ich habe ein paar Opfer getroffen, wenn ihr das meint. Sie haben mir gesagt, was ihr seid. Let me guess. Baby-Eater, Devil-Worshipper? Believe me, ich habe nie jemanden, der nicht. Eine große Halt riecht durch dich. Ihr Halt, feierlich als die Hölle. Dann bist du verloren in Visions von dämonischen Armeen. Als du durch eine Landschaft von Feuer und Blut. Die Blut War. Du sahst es von oben, als die Nautiluid passierte durch Avernus. Diese Frau war auf der Frontline. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh. Und du bist? Hm. Und du bist eine kleine Atac-Dog. Ich spiele mit, bis ich mich rausgekommen habe. Es dauert mir zehn Jahre, wahrscheinlich zu weg. Aber jetzt bin ich frei. Zaryl schenkt Gune nach Gune, um mich zu holen. Aber glaub ich, wenn ich dir sage, ich bin nicht weg. Die letzte Yappie-Litte-Dog, die sich auf mir nahe. Eine Gruppe von Dopes, die sich als Paladins von Teer. Will ich sie helfen? Hm. Gute Frage. Wem glauben wir denn jetzt? Also den Paladin da oben oder ihr, den Teufelin ist? Ähm. Ähm. Ja, eigentlich warum, ne? Ja, das ist der einzige Art, der ich liebe. Aber es gibt viele von ihnen, und nur die von mir. Ich nehme Point und du flank sie. Nachdem wir sie aufbauen, können wir aufbauen, wir können auf den Parasite evitieren und fern die Faehrund von den Schorthares. Das klingt gut? Ein Wurrier, der sie ihre Feuern schlägt, während sie sie schlägt. Du wäre eine Foll, die sie zu retten. Sie als Kollegin mit dabei könnte das vielleicht sogar ein Vorteil sein, später eine echte Teufelin im Team zu haben. Ah, ich würde sagen, no risk, no fun, oder? Weiß ja nicht, ob das eine gute Entscheidung ist. Jaaa, gut, dann, ähm, würde ich sagen, mach mal... Oh, warte mal, da ist ein Rucksack. Ist da was drin? Oh, jaaa, Öl der Präzision. Gift. Aber was war's, das werden wir mal mit... Hier da einsammeln. Und fein entschärfer Werkzeug. Feines Eisens. Das ist immer nett. Du, Kollege. Eins. Du bist ein Überzeuger. Plus... Ich empfehle jemanden, der eine Gespräche mit den Schmerzen des Schmerzen. Ja, ähm... Jedenfalls. Ich wollte, dass du da mal ganz kurz blind hast. Und so, das hier. Dankeschön. Und dann werden wir unsere Party mal anpassen. Ich würde mal schauen, wie sie so drauf ist. Südre. Ich würde sagen... Langer Gast. Es geht nicht darum, oder? Ja. Bitte danke. Wer bist du? Hm. The Devil's head. And yours. If you so much as- A great fire roars through you. The fire of the first hell. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red-skinned, single-curled horn, blazes with flame, bloodied greataxe held high. He chases the fiend, ignited with rancor. She is an infernal Mordevil, a threat to the living. Evil incarnate. Your allies are fraud. A soldier in the Archdevil's Ariel's army. Either I cut her down, or she burns the Sword Coast to ash. I've tried to tell you. I'm not what you think I am. I... Another vision. Karlak's blade raised, slicing through Devils, Zariel's servants. As her eyes dart around, seeking escape. The man shudders with Karlak's desperation. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. By Baldrins' Helm I... No. I will not be tricked. You saw the truth. I may be an effective soldier, but I never wanted to serve Zariel. Legged it away from her, the first chance I got. And yet you served. Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm... I think like the doctor is more than we. You still don't find a weapon. They are practically certified like we. You don't find any weapons of the enemy. The man catches his breath and his lips straight. The sheer dread twists his face. No! The The Devil can not be trusted. Ja, das ist aber eigentlich wie was dran, ne? Ich meine, als wir den anderen Teufel da begegnen sind, habe ich genau das gleiche gesagt. Da müsste ich eigentlich ihr auch nicht vertrauen. Hmm. Ja. Ich habe zu Ende, für beide von uns. Du wißt du, Monster, richtig? Besser als jeder. Schau mal in meine Augen. Kannst du nicht sehen, dass ich nicht das, was du denkst? Shit. Du bist wirklich kein Teufel, oder? Ich... Ich habe mich verletzt. Thank the gods. I thought I was going to have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce? I'll do you one better. Allies, we're looking to get rid of these parasites for good. And ruin some bastards' days while we're at it. Sounds like your kind of venture. I've not grown any tentacles yet, thank Baldrun. But luck won't be on our side forever. Yes, you have my blade. Your leader willing, of course. Well, soldier. What's the word? Hmm. Yeah, there's a point. Let my deeds to come prove my worth. I've pledged my life to protecting the meek from monsters. But tonight, I was the rampaging beast. Yeah, good. Yay! Well met. And a thousand sorries. I see the good in you, Karlak. I promise not to lose sight of it. Even when the hells burn hottest. The famous Blade of Frontiers in the flesh. Clever, this hero act you've got going. Hero, blade. Name strangers gave me. My friends call me Will. Excellent. If we ever become friends, I'll know what to call you. Okay. Sehr interessant. Die Gute wird immer grösser. Und ich würde die dann auch gerne mal anpassen. Also ich würde gerne mal... Ich glaube, ohne sie, dafür mit ihr. Und ich würde gerne den Droiden mal mit dabei. Ich würde gerne mit ihr nochmal schnell. Und ich würde gerne mal anpassen. Glad will source sense. Even more glad he decided to stick around. Takes a pretty slick mover to track down old Karlak. Hmm. Fair. But still. The man's got a reputation for being lethal with that blade. I'm glad it's on our side. Okay. Ja, ich würde sagen, ich werde bei mir mal die Gruppe noch ein bisschen anpassen. Und dann... werden wir mal oben die Leute mal platt machen. Und ich hoffe, das war eine richtige Entscheidung. Also ganz gutes Gefühl habe ich noch nicht an der ganzen Sache. Wird spannend. Und dann sollten wir allgemein noch ein bisschen leveln. Und dann gehen wir vielleicht doch mal bei dem Goblin-Lager vorbei. Und gehen wir mal vorbei. Und schauen, dass wir da in diesen Tempel reinkommen. Aber da hat's auch noch diesen Troll gehabt. Ich weiß noch nicht, was wir machen könnten. Naja. Aber jetzt erst mal Pause. Und... Dann würde ich sagen, mit frischer Energie in den nächsten Tag hinein. Bis dahin. Ich wünsche euch was. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Dermot nach oben da. Ciao. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ihr ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Brabucher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.